Wir tauchen ein in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Als Berlin flirrte und vibrierte, rauschte und berauschte, Moloch und Glücksversprechen zugleich waren. Verrucht, funkelnd und provokant. Sie kamen von nah und fern, aus der Heide und aus Hamburg, aus Frankreich und aus Polen, aus allerlei Orten, um mit ihr, Agnieszka, ein Fest zu feiern und auf das Leben anzustoßen. Draußen zeigt sich die Stadt von ihrer realistischen Seite. Matschiges Laub säumt die Wege, Autos und Busse schieben sich den Kuhdamm entlang und aus den Geschäften strömen Menschen mit Tüten voll schöner Dinge in den Händen. Et voilà! Bienvenue au Provocateur Hotel und Vorhang. Auf für einen Abend voll Eleganz, Stil und Raffinesse. Mit Agnieszka und ihrer Geburtstagsgesellschaft. Give me something that will sparkle all these giant things Give me something I can take out my wildest dreams Give me something simple, give me something extravagant Ich habe gesehen, wie viele wunderbare Menschen um mich in diese ganze meine 50 Jahre sich aufgesammelt haben. Das ist einfach unglaublich und ich habe gedacht, ich muss einfach euch alle danken. Meine Familie, meine Patenkinder, meine Freunde. Am Ende kommt das Beste. Mein wunderbarer Mann, der macht mich jeden Tag glücklich. Ich liebe dich sehr, mein Schatz. Gegen 20 Uhr ist die Gesellschaft in die Bar umgezogen. Hinter der Theke werden schwungvoll die ersten Cocktails gemischt und in der offenen Küche die feinen Speisen zubereitet. Raffiniert und extravagant. Ich habe einen Schluch Valley in der Höhe. Das ist das, was ich will. Wir haben aber für euch alle ein Speakies reserviert und ein ganz spezielles Speakies, ihr müsst da nicht leiser sein. Bitte feiert, tanzt, singt und hat Spaß. Ich lade euch alle ein zum Speakies. Das ist das, was ich will. 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 Das ist das, was ich will.